Für das Bauwerk menschlicher Körper hat die Firma Knochenschrauben entwickelt, die sich kontrolliert im Körper auflösen. Somit entfällt eine erneute Operation. Nicht nur Patienten werden geschont, sondern auch die Krankenkassen. Mit rund 30.000 bislang eingesetzten Schrauben mischt das junge Unternehmen die Branche weltweit auf. Eine echte Start-up-Erfolgsgeschichte. Sie können gerne applaudieren, das ist nicht verboten. Also, Bauerholzbausysteme, SAS, Topic und Sintelix. Diese drei Unternehmen haben wir in der Kategorie A, aber nur einer kann Innovator des Jahres werden. Und die Entscheidung der Jury sehen wir jetzt. Der 2008 gegründete Medizintechnik-Pionier Sintelix aus Hannover erforscht, entwickelt und vertreibt bioabsorbierbare Implantate. Die Innovation des Unternehmens besteht in einer weltweit einzigartigen Knochenschraube auf Metallbasis. Wir sind der Überzeugung, dass wir das absolut überliegende Produkt haben, weil sich das Implantat im Körper auflöst, damit eine Zweitoperation entfällt. Und die dem Patienten natürlich erhebliches Leid, aber auch dem Gesundheitswesen extreme Kosten spart. Die zukünftige Entwicklung von Implantaten auf Magnetikbasis werden in der zahnärztlichen Heilkunst zu liegen haben und in der Humanmedizin, vor allem im Bereich der Gesichtsoperationen. Im Jahr 2013 erhielt das Implantat die erste medizinische Zulassung für Deutschland. Seitdem kamen 27.800 Sintelix-Implantate in 28 Ländern weltweit zum Einsatz. Unsere vier, fünf Hauptwettbewerber haben ungefähr 400 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Wir respektieren diese Wettbewerber sehr, aber wir haben in diesem Wettbewerb keine Angst. Und wir glauben auch, dass wir das, was wir vielleicht an Größe weniger haben, durch Leidenschaft, Einsatz und Begeisterung ausgleichen können. Die Sintelix AG geht neue Wege. Sie eröffnet im Sommer 2017 ihren ersten Auslandsstandort. Der Standort Singapur ist insofern interessant, weil es eine herausragende Wissenschaftsmetropole ist, die viele kreative Köpfe hervorbringt. Und diese kreativen Köpfe brauchen wir, mit denen wir auch unbedingt in Austausch gehen möchten. Neben dem einzigartigen Know-how zählt Sintelix das 28-köpfige Team zu seinen besonderen Stärken. Eine Mannschaft bestehend aus Individualisten, Teamplayern, Querdenkern, ja auch Exzentrikern. Diese Mannschaft ist in der Lage, das hohe Tempo, das wir weltweit vorlegen, unsere Technologie zu verbreiten, mitzugeben. Ja, diese Mannschaft hat sogar die Ambition, dieses Tempo weiter zu steigen. Mittlerweile gibt es Chirurgen, die ausschließlich dieses Implantat einsetzen. Sintelix könnte noch einige Medizintechnik-Riesen zu Fall bringen. Diese Innovation hat Disruptionspotenzial auch im Weltmaßstab. Und sie ist nicht zufällig entstanden. Ich erwarte von Sintelix ein äußerst dynamisches Wachstum und hoffe, sie bald als Teilnehmer in der nächsten Größenklasse bei Top 100 wiederzusehen. Und den Preis nimmt jetzt der Gründer und Aufsichtsratsvorsitzende, wir haben in Ihrem Film gesehen, Herr Professor Doktor und Sklaven entgegen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Schickmann. Dann zweimal. Glückwunsch. Herr Klaassen, bei so einer Erfindung. Wundert es Sie, dass Sie den Preis bekommen haben? Nein, wir haben ein sensationelles Team, das unglaublich qualifiziert, motiviert, engagiert ist, unter der herausragenden Führung der Herrn Mayer und Professor Kirschner, die wir schon gesehen haben. Wir haben mit Herrn Professor Neubert als wissenschaftlichen Partner jemanden, der in seiner materialwissenschaftlichen Kompetenz weltweit wahrscheinlich einzigartig ist. Und wir haben natürlich auch Anwender, Ärzte, Professoren, Doktoren, die für das Patientenwohl einstehen, die als Innovatoren hier tätig sind. Menschen wie Herrn Dr. Klauser, der in Frankfurt, Potsdam, Berlin und München schon ganz, ganz viele Operationen durchgeführt hat. Und das Benefit, was wir ja für den Patienten haben, ist aufgrund der entfallenden Implantatentfernung halbe Zeit, halbes Geld, halbes Leid, halbes Infektionsrisiko, halbes Anästhesierisiko. Also ich glaube, und übrigens auch halbe Kosten für das Gesundheitssystem. Viel mehr geht nicht. Das würde ich so unterschreiben. Frau Buhlmann, Sintelix hat in verschiedenen Kategorien exzellent abgeschnitten. Eine davon ist die Kategorie Außenorientierung, Open Innovation. Was hebt Sintelix hier besonders hervor? Ja, genau dieses Team, was Herr Klaasen beschrieben hatte. Ein Team, das sich zusammensetzt aus Menschen, die von außen gekommen sind und die teilweise immer nach außen tätig sind. Aus der Forschung kommen, Herr Professor Neubert, die wirklich in einer ganz überzeugenden Art und Weise zusammengebracht worden sind. Und das spürt man, wenn man das Unternehmen besucht, dass das wirklich ein Team ist, die wirklich sich gegenseitig auch die Ideen und die Bälle zu werfen. Und was mich auch noch ganz besonders beeindruckt hat, ist, dass das ein Unternehmen ist, was wirklich mit einer beeindruckenden strategischen Weitsicht, aber auch mit einer beeindruckenden strategischen Konsequenz vorgeht. Wenn ich das einmal so sagen darf, wirklich die Fachexperten zusammenzubringen, die Partner zusammenzubringen, nicht nur in der Forschung und Entwicklung, sondern auch für die Produktion selbst, für das Marketing. In Deutschland beginnt, sich im Ausland, sich den Standort auszusuchen, der nicht nur ja wirklich auch ganz wissenschaftlich exzellent ist, sondern dieser Standort ist auch der Gesundheitshub in Asien. Also auch da hat man gleich diese Vernetzung und den Zugang. Und das gilt auch für die Markteinführung und das fand ich schon beeindruckend, wie konsequent dort wirklich zunächst in Deutschland, dann in der Europäischen Union, dann in Israel, dann wirklich Singapur, Südamerika, Australien, um diese Kette wirklich aufzubauen. Und das ist ja immer gleichzeitig nicht nur sozusagen ein anderes Land zu gehen, sondern da gewinnt man ja wieder neue Partner, da gewinnt man wieder auch eine Menge an Erfahrung und das merkt man, wenn man in diesem Unternehmen ist. Das ist wirklich, ja, das ist für mich wirklich so ein Innovationsspirit, den ich da gespürt habe und das ist einfach toll. Ist dadurch vielleicht auch dieser Innovationserfolg zu erklären? Aber das ist ganz, ganz sicher, das ist ein, glaube ich, ganz entscheidender Punkt dieses Innovationserfolgs. Dazu gehört noch, und das will ich auch ausdrücklich sagen, dazu gehört natürlich auch der Mut, ein Werkstoff, der eigentlich für die Medizintechnik bisher nicht eingesetzt wurde, wirklich hier zu nutzen. Werkstoff ist ursprünglich, hat man in ganz anderen Anwendungsgebieten gedacht. Ich kann mich da so an Zeit vor zwölf Jahren mal erinnern, aber diesen dort einzusetzen, und das ist ja ein wirklich toller Werkstoff, der für diese Anwendung wirklich im Grunde genommen so viele Vorzüge hat, dass es schon beeindruckend überwältigend ist. Aber ich will nochmal ausdrücklich sagen, was mich wirklich, wirklich tatsächlich beeindruckt hat, ist, wie schnell, wie konsequent wirklich genau diese Stärken genutzt worden sind, wirklich systematisch, strategisch vorzugehen und immer wieder die Partner, die man neu hinzugewonnen hat, gleichzeitig auch für die Weiterentwicklung des Unternehmens nutzen. Und ich habe das Unternehmen vorher nochmal besucht, weil ich das immer gerne mache, dass ich dann auch nochmal selber einen Einblick habe. Und was mich an dem Abend wirklich begeistert hat, und ich habe selber gemerkt, bei mir ist der Funke auch übergesprochen, dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit denen ich dort gesprochen habe, einfach sprühten und gleichzeitig ja schon nicht nur nachdenken, sondern auch schon neue Anwendungsgebiete erschließen. Die Zahnmedizin ist genannt worden, die Zahnmedizin ist genannt worden, dass sie gleichzeitig auch schon wieder überlegen, wie können sie ihr Produktportfolio erweitern, weil es natürlich nicht nur um Schrauben gehen können, mit diesem Werkstoff kann man viele andere, wirklich auch in der Medizintechnik verwendende und genutzte Teile herstellen. Und deshalb bin ich persönlich davon überzeugt, das wird ein Erfolg. Das wird ein Erfolg und deshalb habe ich mich auch wahnsinnig gefreut, dass sie den Preis gekriegt haben. Und dass das, will ich jetzt auch nochmal sagen, alles aus meiner Universität zu einem hilflichen Teil kommt. Der rote Fahne. Der Leibniz-Universität in Hannover, denn auch Werkstofftechnik in Klausthal-Zellerfeld hat was damit zu tun, Herr Professor Neubert. Sie wissen das, das freut mich natürlich ganz besonders. Also die Norddeutschen sind heute Abend richtig gut, die sind auch nicht nur dröge, die sind kreativ und einfach ideenreich und klasse. Herr Franke, bevor wir Sie total vergessen, herzlichen Dank Frau Buhlmann. Sie haben geschrieben, das Unternehmen könnte als Blaupause für einen Ratgeber How to Start a MedTech Startup herangezogen werden. Wie ist das gemeint? In der Blaupause war so gemeint, dass wir gerade in dem Bereich, die sehr stark technologiegetrieben sind, Gründungen, die jetzt aus der Hochtechnologie kommen, wo die technologische Komponente zunächst im Kern steht. Da beobachten wir häufig, dass es sehr schwer ist, auch die betriebswirtschaftlichen, die strategischen Strukturen mitzudenken. Es gibt auch einen großen Friedhof von tollen technologischen Erfindungen, die es nicht in den Markt geschafft haben oder die dann von anderen vermarktet wurden. Und beeindruckend ist hier, das hat schon angeklang von der Frau Buhlmann, wie hier die wirtschaftliche Entwicklung nicht nachgezogen wird, auch nicht begleitet wird, sondern vorgedacht wird. Das heißt, hier wird sehr bewusst Wachstumsschritte, Zukunftsschritte bereits jetzt gedacht und geplant, die erst in den nächsten Jahren wirklich greifen werden oder aktiv werden. Und Stichworte Internationalisierung, Stichworte neue Geschäftsfelder, Veterinärmedizin, Stichwort die Produktfamilie erweitern, vom Einproduktunternehmen zum Produktportfolio übergehen. Das ist bei vielen Unternehmen etwas, was man erst nachzieht und hier wird es vorgedacht. Und ich glaube, das ist das Beeindruckendste an diesem Unternehmen. Insofern muss man auch sagen, es ist wichtig, dass es bekannt gemacht wird, weil es eine wichtige Blaupause für andere Unternehmen ist. Das finde ich aber auch, Herr Klaassen. Genießen Sie es, genießen Sie die Auszeichnung, genießen Sie den Abend. Herzlichen Glückwunsch nochmal von uns.